Okay, ich bin Isilia und bin zehn Jahre alt. Der Draht ist hier zum Spannen. Wir müssen gleich noch mal ein bisschen das fixieren, aber das ist gar nicht schlimm. Das kriegen wir gleich hin, bevor geschlossen wird. Also hier in dem Draht wird quasi in den Löffel eingespannt. Und der zweite Löffel? Der ist einfach mal so zum Spannen. Der hat ihn dann hochgezogen. Er macht den Spannen und wird jetzt hier abgeschossen. Okay, das heißt, du kannst den Löffel hier quasi einklemmen, damit das Figürchen draufgesetzt. Dann ziehst du den Draht weg und dann wird das weggeschleudert. Und hast du das Katapult schon mal getestet? Ja. Und wie weit hat's geschossen? Äh, ich weiß nicht ganz genau, so vielleicht auch so zwei Meter. Ah, das hört ja schon mal gut an. Und der Loll hier hinten, wofür ist der? Ja? Hat der Papa einfach drangemacht. Hat der Papa drangemacht. Wo ist der Papa schon wieder? Erst macht das kaputt und dann noch ein Lolli dran. Aber das darf deine Trotzung. Ja. Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen mal rüber. Schau mal, ein Applaus Cecilia für diese tolle Katapult. Wir gehen rüber.